Hallo, was geht ab und willkommen zu einer neuen Serie hier auf meinem Kanal, Leute. Schön, dass ihr dabei seid und ja, falls ihr Bock habt, lasst doch ein Like da. Wir machen jetzt eine neue Serie. In dieser Serie werden wir einfach mal die größte Fabrik aufbauen. Wir werden einfach stundenlang dran setzen und riesige Sachen bauen. Und ja, wir sind nicht allein, sag mal, ich bin nicht allein. Doch, ich bin allein, Leute. Ja, Steven ist mit dabei. Kennt ihr das? Vogel, komm! Ja. Und ich wollte mich nochmal ganz herzlich bedanken für die 100 Abonnenten, die wir jetzt mittlerweile schon erreicht haben. Wo bist du, Steven? Wir fangen direkt an, Leute. Wir fangen jetzt einfach direkt an. Ihr könnt einfach genießen hier. Ich hab eine Elektroschnecke! Ich hab eine Elektroschnecke! Ich hab eine Elektroschnecke! Super, Alter. Eisnerz suchen. Ich hab ne... Das ist ein Eisnerz. 200 Meter ist ein Eisnerz. Ja, ja, warte. Komm mal mit, ich hab ne Idee. Ich weiß, wo. Fagi für Toast. Ist nicht dein Ernst. Warte, ich bin da belebte. Ich bleib da. Ich weiß, wie mein... Schon mal, wie ich da runtergehe. Ich mach's ganz schlau. Ach, da unten ist eine. Da unten sind zwei Monster. Pass auf! Mein Schloch, Alter. Tee? Wir haben jetzt erstmal Mob-Griefing aus. Die können uns jetzt... Ja, ihr schießt nicht mal. Mob-Griefing haben wir ausgeschalten. Junge! Tee? Ganz ehrlich, Liga. Diese Dinger nerven einfach. Anders. Hier drinnen. Hier drinnen ist was. Was ist das für ein hässliches Ding, Alter? Wir brauchen nur einen modularen Rahmen. Okay, wir müssen... Ja, ich kann nicht streichern. Was ist... Wo bist du? Wir müssen... Wir müssen diesen Ort hier merken. Ja, ein modularen Rahmen. Wir können uns... Wir können uns... Wir können uns... Was? Nur ein modulare Rahmen? Und da können wir es... 55 versteckte Eisen... Das reitern schon mal. Ja, easy. Ich... Ich zeig dir mal einen guten Ort. Weil ich bin hier anfangs auch vorbeigegangen. Ich kenne das! Ich kenne... Dort oben ist Kohle, dort oben ist Kohle. Ich kenne einen guten Ort, wo Kohle, Eisen und Zement in einem Rohr zusammen ist. Ich weiß es auch. Da habe ich auch meine Base gebaut. Aber das ist weit weg. Nein, das weißt du. Das ist nicht weit weg, Digger. Das ist direkt von unserer Kasse. Ich kenne es auch Rohrquart. Das weiß ich auch noch. Was für Rohrquart? Rohrquart. Oh nein, wir sind hier in der Klasse. Was ist das denn? Komm, 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 komm. Nein, Steven, du kommst mit. Ich zeig dir, wo alles drei ist. Ich hab's. 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 Ich bin schon lang dort. Ja, genau hier habe ich meine Dingle. Ja, ich weiß. Da war ich auch. Das ist richtig geil, gell? Ja. Ich hab ein paar Spektiklze. Das ist gut. Lass hier dann gut. Lass hier dann gut. Ja. Erstmal muss ich Eisen abfahren, weil sonst kann man das nicht. So. Ich würd sagen. Oh, was weiß ich ja. Ich weiß auch, wo. Okay. Ich hol' einen. Höchstern. Ich baue es jetzt einfach hier hin. Dann sind wir näher am Eisen. So, kommst du mal? Kannst du gleich die... ...zehn Eisenstangen da? Ja, ich baue mal ein bisschen die Zonen ab. Zonengruppe nicht mehr. Ich mach gleich das nächste hier. Super. Okay. Ah. Ich tu mal meine ganzen Sachen da rein. Wir haben extrem viel... Du hast hier oben auch mega viel Eisen. Wir brauchen noch ein bisschen Eisen. Ja, labber nicht. So. Also, wir brauchen Eisenplatten. Der Hund. Der Hund sieht am Anfang so mega scheiße aus. Der Hund. Der Hund. Digga. Ja, stimmt. Ich hab Hund verstanden. Du Hund. Du Hund. Ich hoffe, dass das reicht für 20. Okay. Du hast hier mal eine zweite Werkbomb. Ja. Zweifel's Werkbomb. Warte, ich hoffe, das reicht. Und wir brauchen Draht. Wir brauchen Draht. Hast du Draht? Ich hab schon getraut. Ich hab ja... Ich hab ja die... Ich hab ja... Ja, die... Ich hab ja den Frakt. Perfekt, dann haben wir's ja. Oh mein Gott, das ist alles wohl hier drin. Das kenn ich auch noch gar nicht so dumm bin. Oh Mann, ich bin so geil. Zehn. Was? Es gibt... Es gibt ja ein Update. Und das sind dann solche Füchse, die kann man zähmen. Hier gibt's auch solche Füchse. Hier gibt's auch solche Füchse. Was ist als nächstes? Hub Upgrade 3? Ja. 2L-Armallstellen. Ach, schon ein Eis. Ach, 75 brauchen wir davon. Ja, okay, 75. Warte, warte. Ich mach nur Steckkabel. Hä? Hey, ich kann keine Kabel mehr herstellen. Lol, was war das denn? Was? Ich konnte nichts mehr herstellen. Mach Spaß. Hä, hast du Schaden bekommen? Beton hab ich auch Schaden. Hast du Schaden bekommen? Ja. Okay, ich brauch nur... Chill, chill, chill. Chill! Alter. Krieg die mal wieder ein, Digga. Okay, wer schlagen muss? Ja! Ja! Oh, das mach ich kein Video, Digga. Chill. Ja, deutlich, ich mach gerade ein Video. Ja, okay, ich schneid das so raus. Alter, ja, schneid dich, Digga. Äh. Leg ist da. Hä, was war das? Was? Was war das? Was? Was? Was war so ein Alien, der hab ich Won gemacht. Hä, was? Won? Bist du tot? Ja, der hab mich Won gemacht. Was? Alter! Der arme Steven wird gefickt. Komm her, Baby. Ich rasier den weg. Geh weg. Ja, easy. Ganz sofort gemacht. Ich hab genug Eisen. Hm? Was brauchen wir noch, außer die 75, die ich hab? Ah ja, nur noch die 75. Okay. Passt. Ja, sonst hab ich alles. Versteckte Eisenplatten hab ich noch. 51 Eisen, versteckte Eisenplatten hab ich auch. Digga, wir sind schon wieder drei, ne? Was brauchen wir als nächstes? Farben gleich Beton und Kabel. Ich mach schon mal die Eisenstangen und die Eisenplatten. Die kann ich nämlich herstellen. Aber, ähm, haben wir schon. Haben wir schon. Ich kann nicht ganz so viel. Sie haben noch nicht so meiner. Schade. Ich kann nicht ganz so viel von diesen Eisenplatten herstellen. Hast du so ein... Oh, wack, fahrt ihr mal. Farben, da haben wir schon. Meine haben wir noch. Die Ausrüstungswerkstatt. Ne, wir brauchen die Werkstatt, oder? Die Werkstatt. Die Werkbank? Ne. Ja, wir brauchen das Ding. Eisenstangen. Brauch ich noch. Mann, geh runter von da. Geh weg da. Los. Geh weg da. Warte schnell. Warte schnell. Ich mach... Mach noch schnell 20 Draht und 20 Beton. Okay. Weißt du was? Da baue ich eine zweite hin. Ah, ne, kann ich ja nicht, Mann. Okay. Pass rein. Okay. So, und jetzt hier das da hinsetzen? Äh, passt schon. Ich kann schon, Mann. Ah. Ja, dann kann... Dann bauen wir da die Wein. Geh da weg jetzt, Mann! Geh weg. Wollte ich machen. Weil ich kann gleich den zweiten herstellen. Ich hab genug Rat. Äh, tu ihn irgendwo an den Rand hin. Weißt du, weil er an den Gru... Nein, die kann man ja wegmachen. Einer hab. An den Rand, an den Rand. Nicht in die Mitte. Doch, weil die kann man ja wegmachen. Okay. Schau. Zack. Und wieder aufgenommen. Ja, weiß ich. Aber er ist doch besser gewesen. Aber wie süß, gell? Süß, oder? Ja. Ey, ey, der produziert jetzt schon overpowered viel. Gib mir das Eisen. Ich brauch das Eisen, ne? Ja. Ah, ich verbrenne! Ich verbrenne! Was? Schau mal. Ich verbrenne! Warum? Schau mal. Ich verbrenne. Hä, warum verbrennst du? Schau mal, ich werde gekrüllt. Ich werde gekrüllt. Hä? Hä? Es ist doch. Da ist Feuer. Da kommt Feuer raus. Hä? Siehst du es nicht? Nee, da kommt kein Feuer raus. Zeig mal auf Discord. Ja, nee, Digga. Ist egal. Egal. Oh, wie süß. Damn. Nächstes Upgrade, Digga. Geil. Ach komm, wir haben immer noch nicht die Forschung. Ja, was ist das müssen wir? Superbred filmen. Ah, da gibt es diesen Signalisator. Den brauchen wir. Wir haben schon den Miner. Wir haben den Miner. Wir haben den Miner. Ach Gott, Digga. Warte, ich mach gleich einen zweiten Miner. Okay, fünf oder Blätter müssen reichen. Ich hab extrem viel. Okay, ich hab... Tu keine Blätter rein. Tu Biomasse. Biomasse ist besser. Biomasse. Ähm, was heißt nicht tun, sondern... Ja. Doch, heißt das. Ähm, kann... Komm ich ein bisschen draus. Komm ich draus. Ja, hier hab ich noch genug. Wir sind Leute, die alles kaputt machen. Die ganzen Wälder. Wir können direkt sogar... Was machst du? So. Ein Fabri... Ein Schmelze. Ein Schmelze. Okay, perfekt. Alter, denk ich mir schon, was ist das? Lass mal zwei Konstruktoren bauen. Zwei Konstruktoren. Okay? Zwei. Okay, dann... Nein, nicht da auf der entgegengesetzten Seite. Warte, Konstruktor. Da, in der Ding. So, und jetzt verbinden. Äh, die was bringen? Was was bringen? Ne, warte mal, wir brauchen einen Splitter, wir brauchen... Stimmt, was bringt das? Nein, wir haben keine Splitter mehr. Wir haben keine... Wir haben noch keine Splitter. Hm. Hm, naja. Ähm. Ich hab 600 Eisen. Aha, okay. Ähm. Ah, 99 Prozent. Und? 100 Prozent. Die Elektroschnecke ist fertig. Die Elektroschnecke ist fertig. Die Elektroschnecke ist fertig. Ist die fertig? Ja. Das Problem ist halt, wir müssten alles auf Fundamenten bauen. Weißt, was ich baue eins auf Fundamenten? 100 Prozent Capacity. Ich hab ja genug betont. Ich hab ja genug betont. Ich hab so ein Finne gefarmt. Das war ja so schade. Okay, lass das haben. Können wir Energiefragmente machen? Ja, wir können jetzt Energiefragments machen, wenn wir... ... machen. So, jetzt brauchen wir... ... ich weiß nicht so viele Eisenplatten herstellen, aber... ... das wäre schon gut, wenn wir ein bisschen mehr herstellen. Oh fuck, wir haben noch nicht mal einen Splitter, oder? Haben wir noch... ... haben wir... ... haben wir... ... haben wir... ... haben wir einen Splitter? Nein, wir haben noch nicht. Fuck. What's war? Ich weiß es auch nicht. What's on here? Naja, irgendwann haben wir keine Lust mehr. Und dann machen wir ein anderes Zeug. Hm... Leute, das war's jetzt mit dem ersten Teil gewesen, auf jeden Fall. Also... ... ja. Ciao. Lassen wirkt da und... Bis nächstes Mal.